hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge mist so wir haben ja hier die kästen wir werfen mal alle wir werfen mal alles was wir haben in die kästen rein und sortieren kann man dann später in der nacht oder wann auch immer so ja ich weiß das wird dann wieder eine widerliche sortier folge wobei so schlimm wird es nicht werden nein die lassen wir so messerchen haben wir hier das lassen wir da also die gute fosch batterie die normale batterie so da haben auch noch ein bisschen platz da kommt die muni rein denn da kommt die muni rein und der ist schon voll der ist auch schon voll verdammt ok na verdammt verdammt alles eingeräumt alles angeräumt ok so ich brauche bretter so ich brauche bretter ich brauche bretter verdammt jetzt war wieder die säge so voll gemüllt sein wie geht das nur dann würde ich sagen ach so ja zuerst mal die breite super so und zwar würde ich sagen wir machen jetzt noch einen kasten nämlich den da stellen daher so wo sind komponente hier sind ein paar komponente so so jetzt brauchen noch vier von denen hier so und schon mal wieder einen kasten mehr und den können wir gleich zu mühen so das messer werden wir brauchen das nehmen wir auch mit das nehmen wir auch mit das brauchen nicht das braucht man nicht haben wir coole sachen sehr coole sehr viele sachen sehr viele coole sachen so auch wie schön ich freue mich total so dann schauen wir mal da ok gut dass es geht eher um das hier dann haben wir noch da und da noch eine gute froschbatterie eine mutter ich sehe das schon wir werden wir werden ein neues auto holen das wird auch super wir haben hier in der folgenden staffel autos gesammelt also wann echt schon viele autos da am hof sozusagen am autohof das war schon ziemlich so moment wie viele brauche ich denn für noch einen kasten noch so wenn ich jetzt sage kasten und der da und ich stelle denn da hier habe ich dann endlich genug kisten so super großartig so salz gibt salz dann er und er und er so dann haben wir da 44 steine ernsthaft so 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 und den motor super super so auto ist leer nämlich an ja ist das cool so wir müssen unbedingt schon dass mal bären rendern jetzt gibt es wieder bären rendern so wir suchen mal den tanke bär ansonsten würde ich hühner aber stehen ja noch immer die zwei kästen ansonsten würde ich hühner fangen nämlich keiner schießt auf uns was denn da los wieso schießt denn keiner auf uns da war er war doch gerade hier da unten ist er kann ich ihn von hier treffen ja wunderbar einmal noch aufstehen kommen ich glaube das waren viele pfälle so das messerchen so und schon mal bachern hier so wir wollen das wird ja wieder nebel geben das wird ja wieder nebel geben wir stellen mal maximum ein und schon dann so davon eins und schon mal sechs stunden super wir quatschern bis in die nacht bis wir auf cancel drücken ist das nebel oder dunkel ok so dann das zeug hier ein ding hätte ich noch gern so passiert komm schnell ist das nebel so trinken so dann immer noch das hier ja eine stunde geht noch oder stockfenster stockfenster hoffentlich kein nebel ok ok was sind da jetzt also das mit dem wagen so so wow manchmal schwimmt der extrem so jetzt schauen wir wie wir da einfach so durchs gemüse fahren ich glaube die markierung ist meine falle hey wir haben den weg gefunden wie cool so moment so super das legen wir mal ab so wow gut so ist natürlich auch eine interessante methode einen bären zu töten so da oben rein können wir gleich das fett legen jetzt haben wir aber wieder viel fett gerendert also noch nicht aber gleich so so das erste bärenfleisch wenn wir uns dann gleich rein ziehen so ich schaue mal schnell ob wir auch irgendwo ähm Salz haben ja wir können ja auch eine Dose verzehren aber da ist Salz aber das reicht ja nicht so nö nö da ist Salz so geht das schon raw ach so es braucht ja wieder länger also ähm wenn ich das hier herstelle Craft Time 20 Minuten ok wir bauen 2 2 Salz ok da haben wir drüben Salz so Salz 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 hier ja da ist echt da oben die Kette da ist viel zu wenig an Kasten da werden wir noch einen Kühlschrank geben aber Effizienz des Kühlschranks ist immer so eine Sache so was haben wir da Medium 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 super so und um Money Craften müssen wir uns dann auch mal bemühen ja auch eine interessante Sache so Medium 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 nee komm ich hätte es gern durch durch so schneller schneller so super nein das andere lege ich noch nicht auf so weil das andere möchte ich eigentlich zu so Trockenfleisch verarbeiten so wie viel interessant so sind ja viel zu viele oh mein Gott ja jetzt wirft er wieder alles am Boden egal super so so das restliche Salz gehen wir da rein Salz 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 hier so es hat sich gerade wieder angehört wie es wäre hier jemand irgendjemand ist hier außer mir so Kühlschrank entweder dorthin dann oder daher da bin ich mir noch nicht sicher so so super so wieso brennt das nicht mehr dann können wir da und da und da und da und da so so wir brauchen unbedingt holz wo habe ich jetzt das fleisch hingegeben ja so wir brauchen holz so 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 das holz kommt da rein du 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 super nochmal sehr schön so jetzt wird da das fett noch gerendert dann haben wir da noch eins zum aufhängen dann habe ich das da irgendwo reingegeben nö das ist ja gar kein platz gewesen nö das ist ja arg jetzt nö naja so 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 machen wir es halt so aber ich hatte fleisch so so dann werden wir das noch verzehren ich freue mich so dass wir den bären den bären erlegt haben schon eine coole sache egal so so da rindert noch das fett das kann ich morgen rein tun dann würde ich sagen wie spät ist es 23 ich lege mich mal hin ja so wir schlafen ein wenig wir sind heute ziemlich laut die lager so so es ist naja halb sechs super und wir sind fast perfekt ausgeruht so da kommt das fett hier hinein du 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 so das machen wir mal zu da liegt schon rum so keine ahnung wo das hin ist so der wollte noch einschmelzen ja da liegt ja auch einer keiner hat einen loot für mich so das ist alles trocken so dann hängen wir mal alles auf oh ja das gute fleisch das gute so wir haben natürlich viel zu viel gemacht aber ist auch nicht schlimm so wir könnten noch ein zweites drying rack aufstellen das könnte man tatsächlich machen was kostet denn ein drying rack was kostet denn ein drying rack sieben stöckchen und zwei das kriegen wir hin so aber ich frage mich noch immer wo sind meine ja wir haben noch fünf jetzt haben wir gleich sieben hehehe so und die schnürchen so dann haben wir das da so ein leder haben wir mit irgendwann hat das fleisch hingeleert keine ahnung ich hatte es noch und dann war es weg so das drying rack da nö das werden wir da herstellen oder ja das ist eine gute idee so vielleicht aber sogar da ja wobei wir können es auch drehen ja genau auf der seite drehen wir es so damit die da auch weiterhin zum fenster gut hin können so so jetzt wenn wir das mal ok die 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 früher super so herrlich so und da hängen wir das rist auf das ristl das ristl naja für eine zeit lang ist jetzt keine fleischnot keine fleischnot keine fleischnot so denkt auch alles gut auf sehr gut so dennoch wundert mich das hier nein das nicht aber interessant interessant so da haben wir das gute ja so oder wenn man das so machen weil warum auch nicht so wie werter läuft die noch die ist fertig sehr gut wenn man später darum kümmern so getrocknete hier so dafür kommt das neue hier drauf super so jetzt noch einmal hinter so schauen na bitte so ein blatt ist eine gute sache ein stein auch gut wo die wollten da rein und heute wollten sie hacken wie lieb von ihnen so so was haben wir da alles vorbereitet schon so wir trinken wir hier so da vorne liegt auch noch einer und schauen uns auch noch an das sind schon ganz schön viele die dahinter nachzuhörungen nagen so sehr gut da war es so und in der falle ist der kiesel drin so ästchen und blättchen nehmen mit wie üblich so super so keine ahnung wo das fleisch hin ist keine ahnung wie fleisch einfach verschwinden kann die geschichte vom verschwundenen fleisch so sehr toll absolut faszinierend so wir brauchen unbedingt bretter unbedingt und die will ich jetzt noch holen so wir brauchen ja genau ich töte die bäume so hier und holen uns mal den da der sieht groß aus der wird sich gut in meinem wohnzimmer machen der bärenkampf war total faszinierend finde ich noch immer irgendwie episch ich überall hat er sich aufgestellt auf beiden seiten und mich nicht erwischt so da 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 und gut Borgel ja so, die Schwebeborgel nehmen wir auch mit dann haben wir das und die Hädelbeere so können wir den Brettchen machen? nö aber ich bräuchte Brettchen so, dann schauen wir noch mal rein so und zwar, wir brauchen einen normalen aber vorher bevor ja, wir brauchen Brettchen vorher brauchen wir Brettchen die Säge werden wir es machen die wird auch extrem lang halten da so so super so mit der Säge werden wir es machen die wird auch extrem lang halten nein, wir haben sag mal, wo wo sind die jetzt hin? die anderen Stämme sind weg irgendetwas komisches geht hier vor gut, ich kann mir vorstellen aber das ist ja total fies ich habe einen Auftrag begonnen und da waren drei Baumstämme involviert oder vier oder wie viel auch immer und nachdem die Säge kaputt war wurde der Auftrag beendet und der ganze Rest ist verloren das ist fies also ist schon fies so gleich sehen wir es ja dann müssen wir das nochmal machen ich brauche Brettchen so ja, einen Stumpen werden wir auch noch wegnehmen weißt du, hat zugehört aber der ist ja schnell weg der ist schneller weg so oh, da war ja auch noch vorige Staffel wenn man den Bäumen nicht beim Umfallen zugesehen hat hat es sein können dass die, die spawned sind während des Fallens das war auch ziemlich fies so ähnlich fies wie wenn die Baumstämme verschwinden so Licht mal abdrehen super so mal da rein da 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 so jetzt mal ordentlich sägen so wir brauchen ja auch Bretter wir müssen ein paar Kästen bauen ähm dann würde ich einen extra Waffenschrank bauen so der Hunger ist wieder da super wir schauen das mal irgendeine Fleischdose auf oh die verderben aber schnell die Coke-Dosen so haben wir irgendwo eine Fleischdose oben weiß ich haben eine so nö die Cola-Dosen verderben sehr schnell so wir essen das Zeug mal so das gibt gut vor so super so dann machen wir hier noch einen Kasten dazu da 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 sind welche so super super und das sind die da sind die so ja komm sehr schön so dann gehen wir da raus und werden gleich in der Garage noch einen zweiten aufstellen für die guten Froschbatterien und so so da haben wir nämlich noch eine Zündkerze so nö nö ja machen wir auch in Rot gerade noch rechtzeitig gerade noch rechtzeitig was da alles geschehen kann super so Zündkerze rein fertig so da 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 so dann hätte ich gerne hier das da so super nö 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 genau parallel zum jawolle ist nicht genau parallel ah oh Viehzlerarbeit Viehzell so super so da kommen raus die Alkohol Fläschchen die kommen da rein so Alkohol Fläschchen da rein super so Split One dann wissen wir nämlich auch dass wir hier Verbände machen so dann Alkohol dann Alkohol also auch gut so wir brauchen ein wenig Zucker 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 so dann haben wir hier Kübel wir brauchen nur einen so und füllen gleich auf wir werden gleich weiter Alkohol destillieren so wir nehmen mal ja ich weiß Schmutzwasser müssen wir wieder auffüllen unbedingt ganz wichtig Schmutzwasser so dann würde ich sagen geben wir den Kübel da mal rein so dann machen wir 10 ja und passt so da 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 das füllen wir auf so sehr schön ach wie cool so und da hätte ich noch gerne einen zweiten Werkzeugkasten so den da ich weiß Components für ihn wieder so drehen nach vorne Werkzeug oder Kleidung Werkzeug Werkzeug und Kleidung daherräumen so Components holen und ähm Gerot holen so nö ja nein ja so äh hier so super so und dann will ich da ob ich es einsetze oder nicht sagt uns gleich das Licht ich möchte hier auch gleich eine nö 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 ja eine Repair Bench so die werden wir drehen so und wenn wir die da so in die Ecke passen denke ich mal ist das okay so da brauchen wir zweimal die Gier die elendige Gier so da haben wir da drinnen Gier zwar nicht genug aber äh nicht genug da haben wir genug so dann haben wir zweimal Low Quality die Low Quality und irgendwann müssen wir zusammenräumen ja nö was wir für Zeug haben ich bin mehr fasziniert als ach wo 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 ok so Repair Bench los geht's super so und jetzt könnten wir zum Beispiel sagen das Messe ist Totalreude dann brauchen wir echt nicht viel Zeug so ja oder zum Beispiel ähm die Axt weil die ist echt schon kaputt super oder zwei Klebeband das machen wir gleich damit wir auch einmal repariert haben so zwei Klebeband kriegen wir ja locker wieder zusammen so zwei Klebeband Repair Item proceed so eine 17%ige Axt wird eine 100%ige Wahnsinn super ist das so dann können wir die nein die Axt können wir nicht weg aber die Säge können wir weg den Vorschlag haben wir lassen wir bei uns da 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 ist Alkohol drin das ist gut so 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 der Kübel kommt da wieder rein da haben wir Brettchen so Schrott ja und irgendwann werden wir das fein sortieren fein sortieren so super so so Low Quality kommt da wieder rein bin ich froh bin ich froh schade dass das Fleisch verschwunden ist das hat mich schon da muss ich sagen das hat mich etwas gestört weil da habe ich es extra gerade gemacht und dann finde ich nicht gut nö finde ich nicht gut so dann noch das so dann sind wir eigentlich schon wieder fertig mit umsortieren umschlichten Hammer Hammer so da ist noch der Käse drin ja was war das eine Heidelbeere so oh ein Blatt so und dann würde ich auch sagen oh wir müssen die Folge nämlich beenden verdammt ich laufe da so lustig herum so da ist eh leer das ist gut so da kommen die Heidelbeeren rein so wenn wir nämlich eine Ratte Maus oder Hase gefangen haben dann können wir die Heidelbeere nachfüllen wenn wir es dann noch haben so dann schauen wir nochmal nach Wohntextilien so und zwar nehmen wir mit was weiß ich die da ein paar halt so nehmen wir uns den Alkohol zwei Flaschen entweder das mal da und jetzt sagen wir wir hätten gerne das da ist halt schade ich hätte gerne dass der Alkohol nein die Bandage nur eine Flasche benötigt das wäre halt schon schon das wäre schon schön so ich sage extrem teuer die Bandage wenn man sich überlegt wie oft man verletzt wird ja aber da musst du besser auf dich acht geben da darfst du nicht so oft verletzt werden jo richtig so dann haben wir da noch Flaschen ein paar die werden wir alle rüber bringen so in dieses kleine Kästchen das erste Hilfe Kästchen das gefällt mir erste Hilfe Kästchen so dann haben wir da noch Alkohol ist drüben super so da haben wir Wasser drin Wahnsinn schon wieder fast fertig schon fast durch wieder so da fehlt noch hier so Stöckchen super und wir sind schon wieder fast fast voll mit Zeug so genau ist das schön ist das schön so ja episch dem Bären zerlegt ich danke fürs dabei sein wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann tschüss